Wie ist Alphasteins Name entstanden? Alphastein macht jetzt schon seit über sieben Jahren YouTube-Videos. Seine ersten Videos auf dem Kanal hat er aber gar nicht wirklich auf seinem Kanal hochgeladen. Denn obwohl sein Kanal erst am 01.01.2016 erstellt wurde, sind seine ersten Videos schon Anfang 2015 auf YouTube gewesen. Er hatte also wahrscheinlich vor seinem jetzigen Kanal schon einen anderen Kanal, von dem er die Videos hochgeladen hatte. Aber warum heißt er eigentlich Alphastein? Wenn man sich seinen Namen anschaut, dann sieht man, dass er aus zwei Wörtern besteht. Alpha und Stein. Das Alpha ist der erste Buchstabe im griechischen Alphabet. Aber nicht nur das, denn Alpha steht auch für die Nummer 1. Also das Beste, das Höchste oder der Anfang. Je nachdem. Ein Alpha ist sozusagen immer das höchste Wesen. Alphastein bedeutet also, der beste oder der krasseste Stein. Aber stimmt das? Ist das der Grund, weshalb Alphastein sich so genannt hat? Vor einigen Jahren hat Alphastein mal ein Frage-und-Antwort-Video gemacht. Dort hat er auch gesagt, wieso er sich so genannt hat. Seinen Namen hatte er schon, bevor er YouTube angefangen hat. Er hatte nämlich in Minecraft gesehen, dass man mit dem Anfangsbuchstaben A ganz oben in der Liste auf Minecraft-Servern steht. Und seinen kompletten Namen hat er dann darauf aufgebaut. Alpha fängt mit A an und ist der erste. Und der Stein ist die Nummer 1 in Minecraft. Der Stein ist sozusagen der erste Block von Minecraft. Alphastein bedeutet also wahrscheinlich sozusagen, dass er der Beste ist. Hättet ihr das gedacht? Abonniert und jetzt Tschüss.